Und damit herzlich willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance. Wir machen uns heute auf den Weg nach Merhoyed und klauen einen Gaul und zwar für den da unten, da müssen wir denn runter reiten. Okay, ich hoffe das wird jetzt nicht so ein Problem. Wir lassen das einfach mal auf uns zukommen. Ich möchte aber nicht die Hauptquase jetzt schon weitermachen, weil sie sind gefühlt am Ende. Also gefühlt ist jetzt das so die Endhauptquest. Wir suchen ja die Buben, die den Hof da zerstört haben. Wobei ich weiß gar nicht warum. Nee, eigentlich ist das nicht Ende. Das ist ja eigentlich die ganze Zeit nur so Zwischengeplänke, was wir hier machen. Guck mal, hier ist ein Turnierplatz. Ist hier das Turnier? Nee, das Turnier ist hier wieder unten. Okay, wir hätten da auf jeden Fall links gemusst. Also rechts. Gehen wir doch mal dahin. Aber das ist doch hier ein Turnierplatz oder nicht? Könnte hier mal ein Feld sein. Das könnte Vogelscheuchen sein. Ja, vielleicht ist es ein Feld. Möchte ich jetzt nicht so behaupten, dass es auf jeden Fall ein Turnierplatz ist. Naja, also Authentact, sehr schön. Und hier stehen Gäule. Servus. Mehr sind sie denn? Sind sie jemand und sind sie niemand? Dorfbewohner, du bist niemand. Okay, und du wärst auch niemand. So, hier soll ich Gäule stehlen. Können wir das jetzt nachts machen? Fert ansehen. Okay, das hat einfach nur weniger Mut als unseres. Schlacht ross Jender. Ucha, irgendwas. Hat... Okay, das hat echt viel Ausdauer. Plätze. Das ist ja geil. Hier steht der Hauptplätze rum. Hat aber wenig Kapazität, leider. Ich würde sagen, ich klau Plätze. Poder groß. Poder groß ist einfach nur schnell, okay. Binky. Binky. Binky ist auch einfach nur schnell, okay. Also Plätze würde ich sagen, klau ich. Ja, war davon jetzt eigentlich irgendeins richtig viel besser als meins? Ne, ne? Also wenn ihr das hier, glaube ich, Schlacht ross Jender. Warum auch immer ein Schlacht ross so wenig Mut hat? 430. 450. Jemand, das ist echt krass, ey. Aber es hat nur 8 Kapazität mehr als unseres. Es hat nur 8 Kapazität mehr als unseres. Ich glaube, die waren einfach alle nur schneller, ne? Genau. Ah, okay. Okay, also das Schlacht ross würde ich kaufen. Wenn es interessant wird. Alle anderen können wir mal, äh, ja, geschmeidig am Arsch vorbeigehen. Erstmal wieder den Gaul ersetzen. Gut, ist hier vielleicht einer? Ah, hier schläft einer. Wir haben irgendwie 19 Uhr. Warum schläfst du? Penner. Halt's Maul. Magst du mich jetzt lieber, weil ich gewaschen bin? Da läuft jemand. Servus. Du bist auch niemand, du bist auch nie einer. Okay. Ich meine, da hinten stand noch einer. Ich möchte mich halt erstmal ein bisschen umgucken, ne? Und mit den Leuten schnacken. Na, guck mal, hier ist schon noch Geule. Servus. Du bist der Stallbube? Johann. Ja, ja. Äh, ich möchte ein Gaul kaufen. Ja, ne, okay, möchte ich gerade nicht. Habt ihr Namen? Pferd. Nein, habt ihr nicht. Okay. Ihr seid doch nicht so gut. Hast du einen Namen? Ne. Ist auch Müll. Okay. Ich würde sagen, Plötze klauen wir für den. Johann. Ich möchte ein Pferd kaufen. Und? Hast du unsere Pferde gesehen? Ja. Ja. Prächtige Tiere. Sie sind vom Feinsten. Gefällt dir eines besonders gut? Ähm, Binky, Bröggers, bla bla, Schlachtross. Ein besseres Pferd gibt es nicht. Stark, schnell, treu. Ein Schlachtross. Aber? Nun, es riecht nicht gerade nach Rosen. Es stinkt. Genau genommen stinkt es abscheulich. Ist mir eigentlich echt egal. 3200, oder? Äh. Bestimmt gibst du es mir billiger, wenn ich mein altes Pferd eintausche. Junge, okay. Boah, ich gebe dir 1500, okay. Abgemacht. Junge. Ich würde sagen, da habe ich einen guten Deal gemacht. Ja, 9-Gaul. Äh. Es hat echt viel Kapazität. Ich wollte gar nicht mehr gucken, ob der... Äh. Scheiß hat. Sind unsere ganzen Klamotten jetzt, unsere ganzen Sachen jetzt wieder verdorben? Wer hat denn nichts, was verderben kann? Okay. Äh, hör mal. Boah. So. Ich habe schon vergessen, was unsere... Oh, Grundlagen des Reitens. Haben wir noch nicht. Kauf ich. Ich glaube, wir haben vier Taschen. Okay. Das ist mir eigentlich alles egal. Eine Schabrake haben wir auch. Und Zaumzeug haben wir, glaube ich, auch. Okay. Ich glaube, das ist alles legitim egal. Reithufeisen machen auch nichts. Ne. Was können wir denn denn verkaufen? Wir können ja alles verkaufen. Bringt aber nicht so viel. Ja, okay. Gut. Dann haben wir jetzt ein neues Gaul. Der sehr viel ausdauert. Und wir können es mal das restliche Dorf hier angucken, bevor wir heute Nacht hier ordentlichen Klau machen. Okay. Du bist... Eine Wache. Kurze Realitätsüberprüfung. Da unten gibt es einen unerforschten Ordnung. Ansonsten sehe ich hier gar nichts. Ich weiß übrigens immer noch nicht, warum der Herr hier ist. Hat sich... Hat sich Kobilla. Keine Ahnung. Ist einfach random hier. Also wir haben bestimmt einen Grund, warum er hier ist. Aber... Vincents... Servus. Hier ist auch nichts. Servus. Erstmal nochmal waschen. Ähm... Ich kann mit dir ja nicht mal reden. Kann ich auch noch skillen. Nichts interessantes. Okay. Schade. Jutti. Wer bist du? Wer seid ihr? Achso, du bist eine Wache. Du bist auch eine Wache. Also sie sind gefühlt nur Wachen. Und Leute, damit sie nicht reden können. Du hast entdeckt ein Nest. Das ist aber nicht die... Ne. Okay. Ich will jetzt auch nicht in jedes Haus reinrennen. Ich hoffe doch mal, dass ich hier... Interessanter Ort. Ist da auf einmal was? Was soll schon hier sein? Irgendwo? Ich. Wenn das will... Na, ich muss sagen, ich habe öfters mal schon... Bei den scheiß Orten hier nichts gefunden. Hier war doch gerade irgendwas. Jedes Mal das Gleiche. Ich bin zu unglücklich für diese Scheiße. Ach, keine Ahnung. Ist mir auch egal. Jetzt... Soll ich nicht setzen, oder? Kann auch setzen gewesen sein. Wir laufen da hier oben. Hier oben war ja auch irgendwas. Schöner kleiner Bach. Ein Krämer. Hui, toll. Servus. Okay, vielleicht ist beim Krämer irgendwas... Quest oder so. Servus. Doch, Bewohner. Händlerin. Ja, ja. Von mir aus auch das. Achso, aber ich könnte mal kurz gucken, ob sie... Hast du was Cooles? Nein. Hast du nicht. Okay. Bist du eine Ladenwache? Nö, du bist einfach nur Wächter. Äh, du bist einfach nur ein Dorfbewohner. Okay. Judi. Daraus entnehme ich hier ist nichts. Okay, es scheint hier Gerber scheiß zu sein. Oder einfach so Kämie waschen. Ich würde sagen... Wir warten bis 23 Uhr. Und dann stibitz ich mir hier einfach mal einen Gaul. Nämlich Plötze. Sonst gebitze ich mir den mal plötzlich. Na komm, mach. Ich hoffe mal, ich kriege jetzt keinen Stunk mit denen. Die können ja nicht wissen, dass ich hier was geklaut habe. Ich habe ja hier auch ein Golf-Tools-Geld gekauft und so. Warum sollten die davon ausgehen, dass ich hier was klaue? Oh, Schäfe steht immer noch... Ah, da ist so ein... So ein Lager auch. Okay, cool. Ähm, okay. Also. Ich würde sagen... Sobald ich das nächste Mal in irgendeinem Stück bin, muss ich mal reparieren. Oder ich bin so kaputt. Plätze waren Weißes, oder? Ah ne, Plätze war das da, ne? Ja. So, jetzt müssen wir nach unten. Also nach da. Du Scheiße. Ja, dann würde ich sagen, drehe ich erst mal um. Kurze Realitätsüberprüfung. Ich will ja eigentlich relativ abseits der Wege reiten. Das heißt, ich würde sagen, ich reite jetzt hier erst mal rechts am Zaun lang. Ich sehe übrigens exakt überhaupt nichts. Und dann links runter. Ich muss ja einfach nur so schnell wie möglich hier aus den bekannten Gefilden raus. Theoretisch würde mich ja, sobald ich aus der Stadt bin, auch keiner mehr mit dem Pferd erkennen. Könnte ja jeder Gaul sein. So. Ich reite am besten einmal auf einen anderen Weg. Links rüber. Ich hätte mir vielleicht auch eher den schnellsten Gaul nehmen sollen. Nicht einfach nur den witzigsten, wenn du Plätze hast. Also mit der meisten Ausdauer und der meisten Geschwindigkeit. Das wäre auf jeden Fall sehr viel einfacher gewesen. So, jetzt reiten wir beim nächsten. Dann retten wir links. Glaube ich. Da war ein Bildstock. Habe ich nicht gesehen. Okay, ich wollte da rüber. Scheiße. Kann man da überhaupt rüber? Ich weiß es ja nicht ganz genau. Müsste ja hier irgendwo sein. Also hier irgendwo. Scheinbar nicht. Okay, das ist schlecht. Dann reite ich jetzt einfach mal querfeld ein darüber, würde ich sagen. Ich sehe übrigens exakt genauso wie in die vier. Also ich sehe legitim gar nichts. Ich reite gerade einfach nur blind. Ich mal licht an. Ah. Wo sind wir? Da. Eigentlich müssen wir nur durch die Hecke. Mann. Das ist doch kacke jetzt. Da ist ein Ausgang, würde ich sagen. Oder auch nicht. Leck mich. Wäre schneller gewesen, wenn ich einfach zu Fuß, also wenn ich einfach außenrum geritten wäre, glaube ich. Danke. So. Kurz einen Weg finden. Den da. Und Abfahrt. Das ist doch nicht so wirklich ein Weg hier. Jakob, die Dreher. Sehr schön. Und jetzt einfach ab zum Bohren. Danach wird er noch eine richtige Kack-Quest für uns haben, gehe ich mal von aus. So wie der andere auch. Aber das müssen wir auch mal abwarten. Ich werde auch, bevor wir aufs Ende zugehen, oder nachdem wir es schon durchgespielt haben, mal gucken, was zuerst einen trifft. Mal gucken, ob es noch Quests gibt, die offen sind. Also mich spoilern. Bisher habe ich mich ja exakt gar nicht gespoilert mit dem Spiel. Also wirklich gar nicht, gar nicht. Ähm. Wie komme ich jetzt am schnellsten da runter? Ich glaube am einfachsten, indem ich da rüber reite, ne? Also klar, ich kann jetzt da runter und da rechts. Beziehungsweise da runter und da links. Aber ich glaube, ich halte einfach gerade durch. Und dann über... Ach, wo bin ich jetzt? Ähm. Muss ich da lang? Nein. Ich muss da lang, richtig? Alter. Dass der Gaul sich immer ein bisschen weiter dreht, ist komplett zum Kotzen. Da lang muss ich, glaube ich. Und dann über Neuhof. Ich bin ja auch immer noch komplett schwarz gekleidet, weil ich das Ganze in der Nacht- und Nebelaktion machen wollte. Ich hoffe nur, dass keine Renditen kommen. Theoretisch sollte mich der Gaul auch nicht abschmeißen. Wobei es nicht meiner. Das... Schnauze... Geh mir nicht auf den Sack. Ich weiß halt nicht, wie der auf Kämpfe reagiert. Ist das Problem. Hat zwar, glaube ich, viel Mut, aber... Das dürfte hier doch schon das Saufhaus sein, oder? Ich meine ja. Ich meine ja. So, das heißt hier... Warte, war ich falsch gelaufen? Nein, das war nicht das Saufhaus. Ja, das ist okay. So, habe ich in diesem Part ein Pferd gestohlen. Und im nächsten Part gehen wir wieder da hoch. Cool. Ja, geh mir nicht auf Eier. Ich habe gar keine Zeit für euch. Da waren Kumanden. Die haben mich einfach in Ruhe gelassen. Auch nicht. Ich dachte, da waren auch nicht nur Kumanden, aber da waren auch Kumanden. Hallo? Goll, möchte gar nicht mehr schnell reiten. Jetzt wieder. Okay. Komisch, was auch immer das gerade war. Kein Schimmer. Wird ignoriert. So. Dann müssen wir da vorne gleich irgendwo rechts. Hier dürfte der Besoffener lang laufen. Wobei, ich glaube, der hat mich kalt gemacht. Oder habe ich den kalt gemacht? Weiß ich gar nicht mehr ganz genau. Nee, da läuft er. Interessiert aber auch niemanden, dass mitten in der Nacht einer mit einem Pferd in komplett schwarze Klamotten mit einer Fackel durch die Gegend reitet. Ich meine, die Fackel ist schon hardcore auffällig, aber... So, und theoretisch müsste ich hier rechts können. Hoffe ich. Ich hoffe, dass da unten am Flussbett keiner steht. Da wurde ich ja schon mal überfallen. Sehr schön. Dann müsste ich jetzt links können und dann wieder rechts. Och. Achso, hier links. Und dann hier irgendwo rechts, ne? Genau. Da komme ich erst bei der Kräuterfrau raus. Das ist ja quasi der erste Chemieplatz, den ich benutzt habe, glaube ich. Also so richtig. Für meine Sachen. Und hier wurden wir auch schon mal überfallen. Okay. Keine Ahnung, wo ich hingelaufen bin, aber bin auch auf dem Weg. Und hier saß ich irgendwo am Rand einer und habe mich dann überfallen. Ich finde es aber auch nicht so ganz realistisch, wenn hier in der Nacht irgendwo an der rumhockt. Ich glaube, hier war das. Sehr gut. Sollten wir haben, glaube ich. Ich hoffe, in Mero jetzt sind wir jetzt nicht verhasst, weil wir ein Pferd geklaut haben. Ich meine, theoretisch hat es keiner gesehen. Es kann uns keiner nachweisen. Wir haben dann, glaube ich, gekauft für relativ viel Geld. Also 1700 ist halt für uns das Pissen war, ne? Aber. Naja. Servus. Wojcik. Ich spreche mit Wojcik über deine Belohnung. Das ist ein Dorfbewohner, da ist Wojcik, ne? Ne, du bist eine Dorfbewohnerin. Wo ist Wojcik? Du. Servus. 300. Das war echt wenig. Ja. Ich habe nichts zu tun. Brauchst du vielleicht Hilfe? Wenn du schon fragst. Lass mich kurz überlegen. Mal sehen. Oh ja. Ich bin schon eine Weile auf der Suche nach einem Geschenk für meine Frau. Ich war in letzter Zeit nicht sonderlich nett. Also möchte ich es wieder gut machen. Vielleicht Schmuck? Ich soll Schmuck für dich besorgen? Ganz recht. Aber keine gewöhnlichen Klunker. Es soll was Besonderes sein. Was Edles. Etwas, das Burgvorleins tragen. Wojcik, hier gibt es nur eine solche Frau. Burgherrin Stefanie von Tallenberg. Und deswegen sollst du mal ihre Truhe in den Augenschein nehmen. Wenn du verstehst, was ich meine. Okay, also auch ein Kackjob. Ah, das ist zwar viel verlangt. Aber ich mach's. Du wirst dich in ihr Gemach schleichen, wenn sie nicht da ist und die Truhe aufkriegen müssen. Falls du dich dem nicht gewachsen fühlst, lass es lieber gleich. Aber wenn du mir den Schmuck bringst, belohne ich dich fürstlich. Mal gucken. Eigentlich ein relativ hohes Urgefahr, dass wir jemanden, den wir mögen, auf die Finger treten. Klar kann ich mich wieder waschen. Aber okay. Ich würde sagen, dann reicht das für heute auch schon. Ich würde sagen, ich gucke langsam mal nach, was wir noch machen können. Das ist das. Weil wir haben ansonsten nichts mehr offen. Wir haben das noch offen. Da weiß ich ja inzwischen, das können wir nicht schaffen, theoretisch. Also, müsste ich nochmal ausprobieren. Dann haben wir noch... Was ist denn die Bescheid-Müller? Ach, der andere Müller. Stimmt. Das können wir noch machen. Ich würde sagen, das machen wir beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis dahin. Tschüss.